Meine letzte Vorstellung. Wir spielen natürlich weiter, wie Dionysus und Ray Progress und viele andere Dinge. Aber heute ist meine letzte Vorstellung mit dem Orchester. Und meine letzte, nach 20 Jahren, 20 Jahren, die 20. Spielzeit ist für mich heute mit dem Orchester zu Ende. Und ich möchte mich in Ihre Anwesenheit für das Publikum, mich besonders bei dem Orchester bedanken für 20 unvergessliche Jahre. Das Orchester hat mir vieles geschickt. Wunderbare Konzerte, wunderbare Aufführungen, schwere Proben, alles Mögliche. Aber eines Wunderbares, und das ist, dass nach 20 Jahren, ich fühle noch jeden Tag den musikalischen Neugier, dass ich für das Orchester befinde und hoffe auch, dass das Orchester für mich befindet. Das wollte ich einmal in Ihrer Anwesenheit gesandt haben. Vielen Dank, liebe Kollegen, vielen Dank und schönen Tag. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus